In diesem Video geht es um die besten Mini-Taschenlampen. Der Qualitätssieger in unserem Mini-Taschenlampe-Test geht an die Puaida Mini-Taschenlampe. 300 Lumen Leistung und 20% heller als die meisten anderen Mini-Taschenlampen. Diese kleine Taschenlampe kann einen intensiven Lichtstrahl von bis zu 180 Metern erzeugen. Diese Mini-Taschenlampe ist nur 9,4 cm lang und passt in die Handfläche. Sie kann mit einem Metallclip getragen werden. Die Taschenlampen lassen sich bequem in ihre Tasche stecken oder am Gürtel oder Rucksack befestigen. Perfektes Geschenk für Kinder und Männer. Militärische Aluminiumlegierung und Stahl mit hartanodisierter LED-Handlampe verschließfest, Fallschutz und wasserdicht. Viel haltbarer als herkömmliche Mini-Taschenlampen. Hoch-Niedrig-Strobe-Modi, beste kleine Taschenlampe für Wandern, Angeln und andere Natursportarten. Fokus einstellbar, Unterstützung beim Vergrößern und Verkleinern. Unterstützt mit einmal AA-Batterien oder einmal 14.500 aufladbare Batterie. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Olight i3e mit einem Hochleistungs-Philips LUXEONTX LED, die eine Lebensdauer von 60.000 Stunden hat. PMMA Tierlinse um eine ausgewogene Strahl der LED-Taschenlampe zu erreichen. Die maximale Leistung von 120 Lumen für Silber, Kupfer, 90 Lumen für andere Farben. Durch einen einzigen AA-Batterie mit Strom versorgt. Flugzeug-Aluminium-Gehäuse mit Antikratz Typ 3 hart eloxieren. Schließt leicht an einem Schlüsselbund oder Lanyard durch einen Schlüsselring auf der Endstückkappe. Erhältlich in verschiedenen Farben wie Silber, Kupfer, Schwarz, Blau, Lila, Grün und Rot. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Mini-Taschenlampe-Test ist die Everbrite Mini-Taschenlampe. Mini-Taschenlampe mit Schnur, praktisch für Aufhängen und Tragen, einfach in der Tasche, Geldbörsen oder Schubladen bewahren. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse ist robust, verschleißfest und hat eine längere Lebensdauer und Stabilität. Jede Taschenlampe verfügt über 9 LED-Lichter mit einer hohen Helligkeit von 45 Lumen, was für nächtliche Aktivitäten sehr praktisch ist. Der Gummigriff der Taschenlampe kann im Dunkeln leuchten und ist nachts leicht zu finden. Es gibt viele Farben von Taschenlampen, einschließlich Grün, Gelb, Blau und Pink. Es eignet sich sehr gut für fast alle Szenen wie Outdoor, Nachtwandern, Nachtfischen, Laufen, Nachtwandern, Stromausfall und so weiter. Everbrite ist das perfekte Geschenk für Geburtstage und Partys. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.